Du interessierst dich für Themen aus Politik, Wirtschaft und mehr? Dann bist du auf meinem YouTube-Kanal genau richtig. Und jetzt legen wir auch schon los. Schneller Test, schneller Reich. Hinter dem Mega-Boom der Corona-Testzentren, allein in Köln gibt es mehr als 800, steckt wahre Goldgräberstimmung. Ein Insider sagt, Zitat, es gibt kaum Kontrollen, Betrüger können Millionen machen, Zitat Ende. Gegen einen in Köln, Bonn und Düsseldorf tätigen Unternehmer laufen derweil nach einer Razzia Ermittlungen. Fakt ist, für jeden Schnelltest zahlt die Kassenärztliche Vereinigung an die Betreiber 18 Euro, 12 für die Untersuchung, 6 für das Testkit. Doch der Einkauf der Testkits ist in Massen weitaus günstiger, je um die 3 Euro. Der Insider, Zitat, wenn ein Betreiber also nur 100 Tests am Tag macht, was bei der Fülle der Testpflichten in verschiedensten Bereichen er wenig ist, verdient er täglich 1.800 Euro. Die Tests kosten ihn etwa 300 Euro. Drei Leute an Personal, also für Anmeldung, Abstrich und Auswertung, um die 450 Euro, wenn er überhaupt so viele Leute hat und diese so gut bezahlt. Zitat Ende. Das heißt im Umkehrschluss, wenn noch rund 50 Euro Kosten für Schutzausrüstungen, Formulare, Kulis usw. abgezogen werden, bleiben 1.000 Euro an Einnahmen. Wie gesagt, jeden Tag. Doch bei guten Standorten, etwa nahe Einkaufsmeilen oder vor Möbelmärkten oder Gastronomien, werden schnell 300 oder mehr Personen vorstellig. Dann steigt der Tageslohn auf 3.000 Euro. Das macht ein Monatsgehalt, natürlich gegebenenfalls abzüglich Miete oder Standgebühr, von rund 100.000 Euro. Das Perfide daran, das ist gezahlt mit Steuergeldern. Für den Raum Köln-Düsseldorf zuständige Kassenärztliche Vereinigung sagt dazu, Zitat, die KV Nordrhein hat im Monat Mai insgesamt 107 Millionen Euro mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung abgerechnet. Zitat Ende. Ob da jeder Euro zurecht verdient wurde, will die KVNO nicht beurteilen. Man nehme lediglich Meldungen über Kosten entgegen. Zitat, mehr ist nicht möglich, da die übermittelten Angaben der Anbieter keinen Bezug zu getesteten Personen aufweisen dürfen. Zitat Ende. Im Klartext, aus datenschutzrechtlichen Gründen werden nur Zahlen übermittelt und diese sind offenbar kaum überprüfbar. Nach Recherchen von SZ, NDR und WDR lädt das System zum Abrechnungsbetrug ein, da eine entsprechende Kontrolle fehle. Stichproben hätten etwa an einer Medican-Teststelle in Maasdorf, das ist irgendwo in Köln, ergeben, dass statt weniger als 80 genommener Proben 977 abgerechnet wurden. Also rund 17.500 Euro. Der Inhaber bestreitet dies, er habe mehrere Testungen in einer Abrechnung zusammengefasst, in Absprache mit den Behörden. Das Kölner Gesundheitsamt hat den Verdacht, dass falsche Angaben gemacht wurden und will den Fall, sollten sich Beweise ergeben, der Polizei melden. Derweil hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum Ermittlungen gegen zwei Medican-Verantwortliche aufgenommen und durchsuchte bereits Geschäftsräume und Privatwohnungen. Der Insider nochmal, Zitat, Das Problem ist, dass im Prinzip jeder ein Testzentrum eröffnen kann. Es ist kein Hexenwerk, eine schnelle Schulung, ein einfacher Antrag, ein paar Studenten für Abstrich und Auswertung, fertig. Es ist ärgerlich, dass seriöse Anbieter, die mit ihrer Arbeit effektiv im Kampf gegen die Pandemie helfen, nun auch in ein schlechtes Licht gerückt werden könnten. Zitat Ende. Das Einzige, was hier ärgerlich ist, ist, dass Jens Spahn immer noch nicht zurückgetreten ist. Wenn dir dieser Videobeitrag gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch von dir. So hilfst du, den YouTube-Algorithmus zu triggern und die Reichweite des Videos zu erhöhen, damit es noch mehr Menschen sehen können. Ich veröffentliche täglich Videos über Wirtschaft, Politik und mehr. Über dein Abonnement mit Glocke freue ich mich, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald. Dein Mentor. Dein Mentor.